Danke für die Rose. Ich bin ganz selten in... Alter, ich wollte gerade sagen, Russland weiß hier so viel gerade um... Keine Ahnung, was geht, gell? Bist du im Tifumo manchmal? Nee. Ich kann doch nicht Shisha, aber mit 16, hallo? Verstehst du Russisch? Ja, natürlich verstehe ich Russisch. Der Mann, der dein Herz erobert, dich lieb, verwöhnt, der muss der glücklichste Mann der Welt sein. Ja, das ist nämlich keiner. Einfach sympathisch. Sakroiroz. Anständiges Mädchen, ja. Mega. Einfach sympathisch, danke schön. Aber seid so nett, Leute, Alter. Warum seid ihr so nett? Das freut mich sehr. Das macht mich echt glücklich. Putin soll vor Gericht, okay? Love. Moin. Hi. Sind deine Eltern streng? Eigentlich nicht so. Nee, eigentlich nicht so. Deine Schwester geht vor Gericht. Schweig mal jetzt. Ich schau sogar, gell. Da wird er seine Fresse halten, wenn er keine Ahnung hat. Wie heißt du, Andi? Ey, Andi. Weil Leute heute spazieren, haben zwei Enten miteinander veröffentlichen. Du siehst motiviert aus. Mega, gell? Du weißt, was du willst. Du sollst deine Frau denken. Hi, wie geht's gut und ihr? Bist du nicht mehr... Bist du mehr daheim als draußen oder wie? Ja. Oh mein Gott. Ja. Weil ich ja einfach keine Leute finde zum draußen chillen. Das ist einfach schwierig. Bist du Portugiesen? Ja, Mann. Ich bin Portugiesen. Was bist du für Landsfrau Portugiesen? Jetzt. Seit einer Minute. Auch gut. Was ist dein Männertyp? Ich habe keinen bestimmten Männertyp. Aber eher so dunkle Haare. Auf jeden Fall. Nicht so böse gucken. Ja. Okay. Danke fürs Folgen. Sie ist jetzt 17 im Portugiesen. Ey, ich bin schon 18. Hallo. Hör mal. Mensch. Wie alt? Ich bin 17. Shit, stimmt. Ne, hä, ich bin 18. Sorry. Sorry, ich bin 18. Ich glaube, sie ist irgendwie alles, ja. Ich bin drölf. Drölf. Was machst du heute noch so? Ich gehe noch mit einer Freundin nachher aus. Was? 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 Ich dachte, du wärst Kaniane. Du bist so im Stankeschön. Was ist ein unterhaltsamer Schüben, gell? Ich schwöre. Dings, wie alt? 18. Mega schöne Haare. Welche Shampoo-Ethice. Ich benutze diese Silbermaske von Elvital. Und... Ey, komm halt mal mit raus, wenn du keine Freunde findest. Ja, mal gucken. Äh, ich benutze von Elvital diese Silbermaske. Und... Von... Aber ich weiß gar nicht, von welcher Marke. Das ist... Balea oder Garnier. Dieses Aloe Vera-Dings in dieser runden... Äh... Türkisen-Packung. Mit Aloe Vera und so. Dieses Shampoo. Sonst eigentlich nichts. Sonst noch so... Ah, Öl. Von Alverde. Dieske... Davai muss rabotat. Davai. Hedi. Du bahn. Übrigens, sie ist jetzt 18... Ne, ich bin schon 19. Fünf Minuten. Hallo. Was machst du für deine Augenbrauen? Ich benutze... Äh, Rizinusöl von DM. Ich hab die schon mal in Düsseldorf gesehen. Ich war noch nie in Düsseldorf. Ich glaube, sie ist bald schon 30, ja. Ich bin jetzt schon 30, ja. 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 Was benutzt du mal für deine Lippen? Äh, Vaseline. Und... Von... Catrice diesen Lipgloss. Und von irgendeiner Marke, die ich wirklich nicht kenne. So, ein Lip Liner. Noch drei Fragen und du bist 27. Was benutzt du mal... Achso, das hab ich schon... Äh, wo wohnst du? Bist du irgendwo in Baden-Württemberg in deinem Kaffee? Also, wie alt bist du? 27. Hey, beautiful blonde. Schon? Ja, ich bin schon 27 jetzt. Bald bin ich 28 in den nächsten fünf Minuten. Zeig mal deine Nägel. Ich lade dir, Mann. Jedes Mal jemand ein. Du alter, das ist echt schnell. Habe ich auch das Gefühl. Nee, Leute, jetzt... Bauch ist die 16. Ja, ich bin 16 auch noch. Garot. Und ich glaube, du hast... Ich brauche das nicht nur 16. Oder da bin ich noch... Und ich glaube, du hast den 16 noch... 17 Jahre. Sind das deine echten Wimpern? Hier hinten nicht, aber das, ja. Bei Gott hab anfangs gedacht, 19, 20. Stabile. Stabile haben wir doch ein kleines Kind, drei Jahre gelebt. Danke fürs Folgen. Hast echt schöne Wimpern, Dankeschön. Aber sind gerade nicht meine echten, sind hier hinten ein Wissen angeklebt? Halt. Digga, geh mal, ich schwör sogar, gell? Was geht nix bei dir? Hast du Netflix? Ja. Trägst du Sneakers oder Heels? Wenn ich irgendwo auf eine Feier geh oder so, woher schwöre. Ja.